Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Triff, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios, Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Tobolaser, ziemlich viel Verteidigung für ein verlassenes Waffenlager. Ich wollte eigentlich nur gesellschaftabasiert, ah? Taktische Analyse. Ich bitte Sie. Ich kenne mich auf Sallust aus. Aber immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Okay. Das war nicht schlecht. Still jetzt. Die Bedürfnisse des Imperiums übersteigen eure Vorräte. Admiral Versio hat die Verdoppelung eurer Produktion befohlen. Waffen sind wichtig für unsere Pläne in den westlichen Gebieten. Wer nicht am Fließband arbeitet, geht auf Patrouille. Herr, unsere Präsenz muss unbemerkt bleiben. Zurück an die Arbeit. Wenn Sie sie erschießen wollen, bringt es hinter uns. Es geht los! Haben Sie raus! Lassieren Sie nicht durch! Ausräuchern, General! Aufräuchern kann ich ran. Wieder war sie. Was ist das? Okay, das war's. Folgen Sie mir bitte. Äh, sollten Sie nicht mir folgen? Das ist immer noch eine Mission des Inferno-Trucks. Und ich bin immer noch General. Stimmt. Ich folge Ihnen. Da, ein altes Fließband. Darauf hat das Imperium 80-80s montiert. Wir kommen nicht rein. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Hier, steigen Sie ins Cockpit. Hey, äh, nirgen Sie bitte. Ihr Umgang ist im Weg. Ist was? Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr für's Team. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay, wir stehen in die Waffe und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Hans-Olo-Settung aus Chabas Palast auch gesagt. Wir kriegen das Sinn. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, wird einfach nie etwas nach klar. Ja, das ist das Hauptfernsehen. Dort könnten wir die Fabrik abschaffen. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wie dein Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da werden wir so ein Glück. Okay, gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom ab. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Ich schwitze in dieser Rüstung wie ein Happerboot. Von Weg ein Stoßdruck. Wir haben Schwer gebaut. Wir sind dabei. Schau! Schauf, Schütze! Schauf, Schütze! Vorsicht, Polizisten! Ein voller Deckung! Feindliche Schärer-Schütze! Achtung! Ein E-Ding-Zie! Hier aufhalten! Hier unter Beschuss! Hey, wir sind nicht tot. Wie schön. Also zum Terminal und den Laden nachschauen. Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unauthorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabregelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Was ist denn Schütze? Was ist denn Schütze? Was ist denn Schütze? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Lava-Systeme bei 100% und Pumpen in Betrieb. Überwachen Sie bitte Ihre Stabilität, um katazophale Überflutungen zu vermeiden. Hm, diese Lava-Punken sind genau das Richtige. Was ist das? 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 Nochmal zu Ihrem Plan. Ich arbeite dran. Was es auch sein wird, es wäre schön, wenn wir dabei nicht drauf gehen. So, mal sehen, was das hier macht. Lava-Kumpen brengt 200 Prozent. Überflutung steht unmittelbar bevor. Problem gelöst. Sie fluten die Fabrik mit Lava? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava. Was ist mit den Waffen? Heiben will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts für Sekerio. Lava-Niveau steigt. Produktion ständig in Gefahr. Evakuierung ist abzuhalten. Lava-Niveau steigt. Produktion kann in Waffen-Niveau evakuiert werden. Lava-Niveau steigt. Lava-Niveau steigt. Lava-Niveau steigt. Was ist mit Polyiszogen? Das sind sie! Achtung! Produktionskombi ist geschworen. Fertigungsbetrieb wurde eingestellt. Kritische Stützpfeiler aufgelöst. Fabrikstatus zählt bei nur das Prozess. Wenn ich den Kampfläufer richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen. Ah, der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier? Ah, ich hab keine Zeit für sowas. Im Zweifelsfall. Drauf schießen. Das sollte reichen. Schweff, hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken ein. Schweff, ich könnte dich küssen. Rotschröber, ich werd fahren. Das bestimmt lustig. Zum Shuttle! Bringen Sie uns in eine erhöhte Position! Ähm, was soll ich tun? Sag, Aiden, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Aiden, es ist an der Zeit! Oh, wie viele Wappen laden wir ein? Äh, grün? Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Durus und ein lächerlicher Mann mit Umwand. Ich war sehr präzise, was du für uns Parallel schlagen willst. Aiden! Aiden, sind Sie noch da? Sie ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Klaus noch! Tempo Calrissian! Der Vulkan wird ausbrechen. Stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lass mich überraschen. Der Vulkan wird ausbrechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017